Adolf Schäfer Der Zauberer und sein Lehrling Gelesen von Jasmin Stab Es war einmal ein Vater, der hatte drei Söhne, Jörg, Michel und Hans. Jörg und Michel waren tüchtige, fleißige und flinke Kerle. Aber mit dem Hans hatte der Vater sein Kreuz. Zu allen Arbeiten stellte er sich ungeschickt an, und es war gar nichts Rechtes, mit ihm anzufangen. Den ganzen Tag faulenzte er herum, gaukelte mit Hunden und Katzen, denen er allerlei Kunststücke lernte, oder er guckte den Himmel an, wobei er sich gern auf den Buckel legte. Deswegen wurde er auch nur der Himmelsgucker geheißen. Der Vater wäre froh gewesen, wenn er Hans vom Brot gehabt hätte, aber kein Mensch wollte ihn in den Dienst nehmen. Eines Tages musste Hans in den Wald hinaus, um Holz zu sammeln. Da kam ein Mann zu ihm und fragte ihn nach seinen Verhältnissen. Hans erzählte treuherzig, wie es mit ihm stehe, dass man ihn nur den dummen Hans und den Himmelsgucker heiße. Einen solchen Kerl kann ich brauchen, dachte der Mann. Den lock ich mir. Der Mann ging mit Hans heim und sprach mit seinem Vater. Der Alte war froh, den Hans loszuwerden, und so war er bald mit dem fremden Mann übereingekommen und einig. Hans musste nun sein Bündel zusammenpacken, und dann ging er mit dem fremden Mann. Es tat ihm gar nicht leid, da mit ihm daheim nur gezankt worden war und er auch oft Hiebe gekriegt hatte. Lange waren Hans und der fremde Mann gegangen, und Hans war schon ganz müde. Da kamen sie an einen Wald. Hier wollte sich Hans niedersetzen. »Geht nicht noch ein wenig?« sagte sein Herr zu Hans. »Wir kommen bald zu einem Wirtshaus. Dort essen und trinken wir und bleiben auch über Nacht. Hans schleppte sich fort und war herzlich froh, als sie in das Wirtshaus kamen. Als sie in die Wirtsstube hineingingen, saßen schon verschiedene Leute drin, und als die Wirtin kam, verschlug es Hans die Sprache. So toll sah sie aus. »Das ist aber doch eine Hexe!« dachte sich Hans. Sein Herr tat aber sehr vertraut mit der Wirtin. »Die kennen einander gut«, dachte sich Hans. »Aber was geht's mich an?« Er aß und trank, was das Zeug hält, denn so gut hatte er in seinem Leben noch nie gegessen und getrunken. Bald darauf musste er sich niederlegen, was ihm ganz recht war. In einem so schönen und weichen Bett hatte Hans auch in seinem Leben noch nie geschlafen. Er war also recht zufrieden und dachte, es ist doch schöner als daheim. Am Morgen kam sein Herr und weckte ihn auf. »Guten Morgen, Hans, steh auf! Jetzt geht es weiter!« Hans rieb sich die Augen aus, stand auf und zog sich an, und als sie gefrühstückt hatten, ging es weiter. Lange liefen sie im Wald fort, und Hans kannte sich gar nicht mehr aus. Endlich kamen sie an ein kleines Haus. »So, jetzt sind wir daheim. Das ist mein Haus«, sprach der Herr zu Hans. Dann schloss er die Tür auf und ging mit Hans in das Haus hinein. »Bei mir hast du es gut«, sprach der Herr zu Hans. »Essen und trinken darfst du, was dir schmeckt, und die Arbeit ist auch nicht schwer. Du musst die Katze füttern, aber lass sie ja keinen Hunger leiden. Holz musst du um Wald suchen und es klein machen. Und wenn ich fort bin, musst du dir eben selber kochen. Wenn ich daheim bin, koche ich. Dazu musst du mir bloß Holz und Wasser beitragen, die Erdäpfel schälen und Feuer anmachen.« Hans tat alles, was ihm sein Herr hieß, und der Herr war zufrieden mit Hans. Eines Tages sprach er aber zu Hans. »Höre, ich gehe fort und du musst allein hierbleiben. Schließe abends immer gut zu und lass keinen Menschen ins Haus. Kochen kannst du, was du dir willst. Zeug ist alles da.« Hans versprach, alles richtig zu tun, und dann ging der Herr fort. »Ich werde lange ausbleiben«, sagte er noch zu Hans. Die erste Zeit lungerte Hans im Haus so herum, aber allmählich wurde ihm doch die Zeit etwas lang. Als er nun wieder einmal so im Haus herumstöberte, fand er in einer Truhe Bücher. »Gott sei Dank«, sagte Hans, »jetzt habe ich etwas zum Lesen.« Hans fing an, in den Büchern zu lesen. Aber da ging es ihm nicht zum Besten. Vieles verstand er nicht, und dann waren so viele Haken und Schnörkel drinnen, welche er auch nicht kannte. Da ging Hans ein Licht auf. Sein Herr war ein Zauberer. Sobald nun Hans allemal seine Arbeit getan hatte, setzte er sich über die Bücher, simulierte und grübelte. Über dem Grübeln verging Hans die Zeit, und er vergaß dadurch ganz, dass er allein war. Nach einem halben Jahr konnte Hans die ganzen Bücher auswendig und konnte auch das Hexenperfekt. Eines Tages ging er ein Stück in den Wald hinein, um Holz zu sammeln, und als er wieder heimkehrte, wunderte er sich, dass die Tür auf war. Er wusste doch, dass er sie zugeschlossen hatte. Als er in die Stube kam, stand sein Herr darin, hatte ein Buch in der Hand und kochte vor Zorn. »Du Schlingel«, sprach er, »du hast in meinen Büchern gelesen. Wahrscheinlich hast du auch das Hexen gelernt.« Hans ahnte, dass diese Geschichte dreckig werden könnte, und büxte aus. Er dachte, das Ausreißen hat kein Dummer erdacht. Aber hier nützte es nichts, denn Hans war noch nicht vor die Tür gekommen, so war der Hexenmeister hinter ihm. Hans besann sich nicht lange, machte sich zu einem Adler und flog auf und davon. Der Hexenmeister ging in die Stube, holte ein Gewehr und schoss auf Hans. Aber Hans hatte sich kugelsicher gemacht, die Kugel tat ihm nichts, und er flog ruhig weiter. Der Hexenmeister sprach, »Der kann es ja besser als ich, den muss ich mir mit List schnappen.« Als Hans über den Wald hinausgeflogen war, schaute er sich um, und als er nichts Verdächtiges mehr sah, flog er auf die Erde und machte sich wieder zu einem Menschen. Aber als er so daherging, war ihm doch nicht recht wohl, denn er dachte sich, dass ihn der Hexenmeister auf Schritt und Tritt verfolgen werde. Auf einmal sah er über sich einen Geier fliegen, und Hans erkannte seinen Herrn. Hans machte sich zu einem Gaul und galoppierte so schnell er konnte. Da sah er einen Bauern gehen. Auf diesen lief er zu, und da der Bauer dachte, er sei ein durchgegangener Gaul, so fing er ihn, was sich Hans ruhig gefallen ließ. Als der Bauer so mit Hans dahin ging, kam ein nobler Herr zu ihnen, der wollte den Gaul kaufen. Hans wurde Angst und Bange, denn der noble Herr war der Hexenmeister. Hans sagte leise zum Bauern, verkauf mich nicht. Darüber wäre der Bauer beinahe ohnmächtig geworden. Ein Gaul, der reden konnte, war ihm etwas Neues. Der Bauer verkaufte den Gaul nun erst recht nicht, denn einen Gaul, der reden konnte, hatte nicht jeder Mensch. Er führte also den Hans heim in seinen Stall. Im Stall aber machte sich Hans zu einer Fliege und flog durch einen Fensterschlitz davon. Als er so dahin flog, sah er unter sich den Hexenmeister gehen. Aber auch dieser hatte den Hans bald bemerkt. Da machte er sich zu einer Schwalbe und flog Hans nach. Beinahe hätte er Hans geschnappt. Aber Hans verwandelte sich in einen Ring und fiel vor einem Mädchen nieder, das gerade daherging. Das Mädchen sah den Ring, hob ihn auf und steckte ihn an seinen Finger, wohin er recht schön passte. Alle Tage kam nun ein Mann, der dem Mädchen den Ring abkaufen wollte, doch das Mädchen gab ihn nicht her. Eines Tages, als der Mann wieder lange umsonst gehandelt hatte, wollte er dem Mädchen den Ring mit Gewalt nehmen. Da fiel der Ring auf den Boden und wurde zu lauter Hirsekörnern. Der fremde Mann war natürlich der Hexenmeister. Er verwandelte sich in einen Hahn und fraß die Hirsekörner auf. Dann flog er davon. Der Hexenmeister glaubte, er hätte Hans vertilgt. Aber Hans lebte noch. Ein Hirsekörnlein, welches Hans selbst war, hatte der Hexenmeister übersehen. Dieses Hirsekörnlein war in des Mädchens Schuh gefallen und dort hatte der Hexenmeister nicht nachgesehen. Hans verwandelte sich wieder in seine richtige Gestalt und freite um das Mädchen, das ihn schon als Ring an der Hand getragen hatte. Das Mädchen fand Gefallen an Hans und wurde seine Frau. Sie lebten sehr lange und waren glücklich miteinander. Aber nie soll Hans seiner Frau etwas von seiner Hexenkunst erzählt haben und ihr auch nie gesagt haben, dass sie ihn schon als Ring an der Hand getragen habe. Gegen seine Frau war Hans sehr gut. Da er sich immer dachte, hat sie mich als Ring schon gern gehabt, so hat sie mich als Mensch noch viel lieber. Seine Hexenkunst hat Hans nie mehr ausgeübt, da er bei seinem ersten Versuch so viel Angst hat ausstehen müssen. Und wenn einmal die Rede aufs Hexen kam, soll Hans immer gesagt haben, das ist nichts für rechtschaffene Leute. Deine Hans Jauhli 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 Untertitelung des ZDF, 2020